Das ist ein bisschen schön angesprochen, wo es vorkommt. Wenn sie zahlen, dann schauen sie mal aus, dann fällt das nicht zu schnell im Moment ein. Wenn sie ein bisschen älter ist und mehr Erfahrung hat, fäng ich dann natürlich auch schneller weg. Aber jetzt im Moment ein bisschen, wie du sie anschaust, muss sie immer schön sein. Man kann auf einmal alles von der Einigung einmal bis zum Ende durchnehmen.